Einen wunderschönen guten Tag und herzlich Willkommen zum 22. Türchen des MFB Raubfisch Adventskalenders. Oh, hier unten in der Ecke, ich seh's schon. Da ist er. Furchtbar klein, versteckt sich in der Ecke, aber da hat sie die Rechnung ohne Lemi gemacht. Auch hier wird sie gefunden. Der fängt immer. Savage Gear. Da bin ich nochmal gespannt. Okay, da haben wir hier einen kleinen Jigspinner von Savage Gear. Habe ich, glaube ich, noch nie gehabt. Habe ich schon mal einen Savage Gear Jigspinner gehabt? Ich glaube nicht. Der nennt sich hier Fat Tail Spin. Fetter Schwanzspinner. 5,5 Zentimeter, 9 Gramm schwer und sinking. Messe. Ist hier ein Aufkleber mit drin? Ja, hier auch wieder so ein Savage Gear Aufkleber mit bei. Finde ich ganz cool. Stand ja noch was drauf. Oh Gott, das ist ja furchtbar klein geschrieben. Und dann auch schwarz kann ich so nicht lesen. So, raus damit. Das ist das gute Stück. Ja, auf jeden Fall was Tolles hier für die Barsche. Cool, dass der hier mal so ein kleines Logo im Tail hinten hat. Finde ich eigentlich ganz cool gemacht. Das ist auch nicht diese... Wie heißt denn das Blatt jetzt hier? Das eine heißt... Ah, ich komme nicht mehr drauf. Ah, diese länglichen heißen doch irgendwie... Ah, weiß ich nicht. Ist ja auch egal. Ich will nichts Falsches sagen. UV-Aktiv. Hat der hier so einen Aggressionspunkt hier drin. Sieht eigentlich ganz cool aus. Sieht man so überhaupt nicht. Aber wenn man jetzt hier so hinleuchtet, sieht das schon ziemlich cool aus. Ansonsten hat er nix. Und hinten im Tail schaue ich mal. Moment. Einmal Dresden. Hubala. Ja, auch hier. Ah, cool, oder? Das sieht schon ein bisschen wild aus. Ja, kann man machen. Habe ich so noch nicht gesehen. Der gefällt mir wirklich sehr gut. Der ist schon toll. Hier hinten schön mit einem Wirbel dran natürlich, dass das Blatt schön sich drehen kann. Wie soll es auch anders funktionieren? Geht natürlich gar nicht ohne Wirbel. Aber schön. Der gefällt mir sehr gut. Also für den Barschi hier. Der hätte auch gut in den UL-Kalender gepasst. Da bin ich aber gespannt, was wir da im UL drin haben. Genau. Und mit diesem schönen Raubfisch-Türchen sehen wir uns später. Macht's gut. Bis dann. Mein Lamy. Bis dann. 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 Untertitelung des ZDF, 2020